Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen in meiner Kalinkas Küche. Heute brauche ich beim Kochen eine vegane Samme und dann habe ich gedacht okay wenn ich muss sowieso das machen, dann werde ich auch gleich ein Video für euch machen und zeigen wie kann man so eine Samme machen mit Nüsse oder mit Haferpflöcken und das werden wir jetzt machen. Ich mache meine Kamera nach unten, dass sie alles besser sieht und dann geht es los. Wie gesagt ich werde zwei Sorten von der Sahne machen mit den Haferpflöcken und mit den Nüssen. Bevor wir jetzt mit den Nüssen anfangen, werde ich erstmal die Haferpflöcken einweichen. Die braucht man so für 10-20 Minuten einweichen oder kann man auch über Nacht. Von dem gesamten Wasser nehme ich, so dass die im Wasser stehen und stelle an die Seite. Dafür brauchen wir noch Salz und etwas von Öl. Für die Küche und Nüsse müssen wir unbedingt über Nacht einweichen. Jetzt sind sie schön weich, gießen wir das komplette Wasser ab und geben wir jetzt diese aufgeweichten Nüsse in unseren Mixer. Ich habe jetzt ja genommen 60 Gramm Nüsse und hier vorbereitet nur 50 Milliliter Wasser. Ich gebe erstmal nur die Hälfte und erst mal mixe ich fein. Es kann man die Konstantins von der Sahne dann selber bestimmen, wie viel dickflüssig oder dünnflüssig soll sie sein. So wird das auch Wasser zugegeben. So und jetzt mixen wir es fein. Ungefähr müssen wir jetzt zwei Minuten mixen. Mein Mixer ist so ausgestattet, dass nach einer Minute muss ich unbedingt anhalten, dass die Mutter nicht gut erhitzt. Deswegen schaue ich gleich da rein. Schaut ihr, eine richtig dicke Masse. Ich kann jetzt komplette Wasser reinmachen und noch eine Minute mixen. So schauen wir rein. Schaut ihr, wie schön fest kann man sogar auf, so wenn man hier jetzt Zucker rein macht, sogar auf Kuchen drauf machen. Es ist richtig gute Konstantins, nur noch nicht richtig fein, dann lasse ich es noch ein bisschen aufschlagen und dann ist schon unsere Sahne fertig. Wenn ihr zum Beispiel so eine Sahne wolltet für den Kochen wirklich verwenden, dann kann man etwas Butterzucker dazu geben. Danach noch Sahne fest und schön kräftig aufschlagen, hat man richtig schöne Sahne. Schaut, richtig schöne Sahne. Probieren. Naja, jetzt ist hier absolut kein Geschmack, aber ich gebe jetzt noch ein bisschen Puderzucker dazu und schlage ich auf und dann kann ich zum Kaffee Zeit und Pancakes machen und dazu auf essen. Nehmen nur ein Esslöffel, das wird dann schon reichen. Und ein paar Tropfen Orangenöl für den Geschmack. So, nochmal kurz aufschlagen und fertig unsere Sahne. Duftet herrlich. Die Sahne fest werde ich nicht machen, weil ich will nicht für den Kuchen machen oder für Dekor, sondern wirklich als Dessertsahne, kann man auch auf Eis drauf machen. So schaut ihr liebe Freunde. So in der Sahne. Wenn ihr keinen Zucker dazu nehmt, kann man auch zum Kochen verwenden. Zum Beispiel für die Suppe. Und jetzt machen wir noch zweite Variante von Kochsan und das ist mit den Haferflocken. Aufgeweichte Haferflocken geben wir jetzt in unseren Mixer und werden wir jetzt nur mit diesem Wasser, was wir jetzt bei den Haferflocken haben, richtig gut purieren. Es kommt natürlich nach der Stärke von eurem Mixer. Es kann bis zwei Minuten dauern, dass wir so etwas cremiger bekommen. So, nach einer Minute schauen wir nochmal rein, wie es aussieht. Geben wir jetzt etwas Salz. So ungefähr ein Drittel von den Teelöffel gebe ich und kann auch schon noch das restliche Wasser dazu geben und nochmal richtig schön mixen. So schauen wir nochmal. So sieht das aus. Jetzt gebe ich jetzt noch ein Esslöffel Olivenöl dazu und rühren wir noch eine Minute und dann können wir schon auf den Sieb geben. So fertig und jetzt brauchen wir nur durch den Sieb streichen. Wenn ihr noch feiner, kann man durch den Teesieb auch machen. Aber ich lasse so, weil ich brauche heute noch für meine Suppe. Wenn ihr zum Beispiel zum Kaffee wolltet Hafermilk machen, dann natürlich wird ihr das Öl weglassen und Salz kann man weglassen. Dann kann man durch den Teesieb durchlassen. So, dass ein bisschen noch Haferfleim übrig geblieben ist. Und unsere Kochsaunnen ist fertig. Kann man die auch in die Flasche oder in ein Glas machen. Oder wenn ich zum Beispiel heute brauche es, naja, alles brauche ich nicht, dann kann ich gleich auch in ein Schälchen lassen. Genau ein Gläschen geworden. Und das kann man schön jetzt bei der Suppe zubereiten, das als Kochsahne nehmen. So liebe Freunde, sind wir heute wieder mal fertig, haben wir uns Kochsahne gemacht jetzt zum Kochen. Und ein leckerer auch Sahne, als die Seesahne schaute, wenn die steht, in den Kühlschrank wird immer dicker. Und das waren nur fünf Minuten, dass sie in den Kühlschrank gestanden. Schön zum Beispiel zum Waffeln oder zum Pancakes oder einfach so auf den Keks oder aufs Brötchen machen. Einfach perfekt und außerdem auch sehr gesund. So liebe Freunde, ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen. Ich würde mich sehr freuen über eure Kommentare, wenn ihr das ausprobiert. Wie hat es euch gefallen? Wie hat es euch geschmeckt? Und eigentlich ist die Zubereitung total simpel. Ich wünsche euch alles Gute liebe Freunde und bis zum nächsten Mal. Tschüss.